Ich habe jetzt vorgenommen, ich grab mich und ich die Haupthöhle erfunden habe. Einfach nach oben. Ja, war mal die Haupthöhle oder ja. Mir geht es nur straks nach oben, ja. Da sehe ich eine Treppe nach oben, ich glaube, über eine Treppe. Wo ich meine Uhr daraus habe. Ja. So wie gesagt, in unserer Notausgang, ja. Na, wenn man da bloß so in der Comic zu zeichnen, dann mache ich später. Jetzt haben wir noch einen Keyword Cave, einen Cave Bude machen. Das ist noch cool, ich finde. Ich habe mal so eine riesen Gradoffetage schnurrt, ey. Also essen kann man nie, aber einfach zu groß. Ja. 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 gibt es noch schlimmer sind auch die taschen her sich hoch aber da haben der doppelte dreifahrer innen klatscht die nörg ist wie die heißen 600 gramm ist viel zu viel 400 gramm ausgeräumt ist viel zu viel 600 gramm kartoffeltagen ist nicht anders aber so eine kartoffelklösschen das ist viel zu viel das ist betrügerisch viel muss ich so sagen das füllen wir jetzt sogar kupfer könnt ihr nebenbei misch in der haltung anscheinend wie wärs denn mit outlast oder eben bis in zwei deinen guten krank schädet ja nicht wenn ich mal ein paar videos für den anmache als torspiel haben wir wissen zwei ja ist so lustig hier mal hier mal ein bisschen weg das ist halloween das ist halloween und scream in der dead of night das ist halloween everybody make a seat trick-or-treat tell the neighbors of the diaphragm das ist halloween everybody smile das ist halloween ich bin derjenige das ist halloween das ist halloween 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 in this town we call home everyone here to the pumpkin's home in this town don't we love it now Ein bisschen Gronkhörn ist doch auch gesund, ja. Ja, so Lüch. Ich bin auch noch nicht gut. Warte mal kurz. Ich hab ihn hier an. Das ist halloween. Das ist halloween. So ist das so schön. Das ist so schön. So... Ich will das nicht schnell, wenn ich den Weg zeige. Aber wenn man ein bisschen Kohle isst, ist doch mal ganz nice. Tja, also solange das gefälscht tut, werde ich erstmal... ...die immer so eine Höhenbase machen, ja. Mit schönen Cleanstone wenden. Ja. Ja. Müsste gleich nach oben sein. Ja, im Kopf hat mich da krank gemacht, ja. Der noch ne Nebentum erwähnen. Ach nö ey, nicht so ein Fotzenwasser. Scheißhinterwasserkröfe. Wir machen mal hier ne Mauer. Glaub ich. Ich rüber kann man nicht, ne? Doch, das geht. Wo ist passiert? Du folgst. Oh, ok. Wir müssen immer so ein Staffel drücken, ey. Ich will Ihnen in der Abend sprechen. Ich muss Munition sparen gerade. Weil Sie leider nicht in die Garage reinkamen. Ok, der kam zu meinem Rücken zu. Kleck mich, die Scheißpiese, ey. Scheißmodisches Angebot. Spielzeug ist verboten, naja, immerhin. Am Platz für jeden, Scheißer im Meer. So, diese Damen haben wir oben geiern. Das haben wir auf der Seite. Die können wir so ein Gehner oben graben. Scheiße, müsste der raus. Ist der gut. Auf den LKW kann man theoretisch draufklettern, aber unsere Waffe ist leider. Und da kommt Waffe. Das ist der Mensch, aber leider nur mit Crit. Komm mal hier drauf. Mäh, ich hasse diese Strömung, ey. Das ist das Haus. Komm mal da drauf. Merk nicht. Das ist ein Scheißwasser, ey. Okay, bevor ich da jetzt dran ziehe, das wird bestimmt laut. Teste ich mal irgendwas. Ich kann mir vorstellen, dass es gleich laut wird und dass noch alle Zombies kommen. Dann sind wir wieder draußen, ne gut. Dann sind wir wieder draußen, ne gut. Dann sind wir noch nicht. Dann sind wir noch mal am Weizen sind. Dann sind wir noch mal am Weizen sind. Wohin und Walzer am Start. Ja, sie ist immer noch da, ey. Der hat auch keine Hobbys, ey. Ich halte das für keine gute Idee. Ich weiß, wir können ja lange noch mal anzünden trotzdem. Ich weiß nicht, wie die ausrasten tun, ey. Ich weiß nicht, wie die ausrasten tun, ey. Hm, schön wie die. Ja, Stiri. Und jetzt ist er wieder am austicken ey, haben wir noch irgendetwas besonderes? Ich sag Oma, wer von so einem Fuchsebums von Lohmarie, so einem Fahrbildtier, ja, mit Fuchse. Naja, wer von der Bums? Ich würde die Schuhe aus dem Weg räumen, aber dann eigentlich... Also Fahrbildtier, ja. So. So. Scheiße. Ich hab heute, ich hab heute nichts. Ja, hätte ich nicht so viel verfluchten Granit, wäre das noch besser gewesen, ja. Hätte ich mir ja Koppelstone. Warte mal 10 Sticks. Warte mal 10 Sticks. Warte mal 10 Sticks. Warte mal 9 Ticks. Bis zum T quanto! Warte mal 10 Sticks. Warte mal 12 wird. Warte gern 10 Sticks. Warte mal 10 themias und 20-го holidays endomet loyalty. Warte mal 10... Vielen Dank.